Hallo, wie laden Sie ein, gemeinsam unsere Gesellschaft umzuwandeln? Von der Ausrichtung auf Profitmaximierung hin zu einer gerechten Gemeinwohlwirtschaft. Von der Massentierhaltung hin zu einer artgerechten Tierhaltung. Von einem Schulsystem, das unsere Kinder und Lehrer krank macht. Hin zu einer neuen Bildungskultur, in der Schulkinder und Studierende mit Freude lernen und ihr wahres Potenzial entfalten. Von Lobbyismus und finanzgesteuerter Politik hin zu einer neuen politischen Kultur, in der aufrichtige Bürgerinnen und Bürger politischen Dienst für das Wohl aller leisten. Manche Leute sagen uns, gute Ziele werdet ihr aber nie erreichen. Wir können eh nichts verändern. Wir fragen, glaubt ihr, dass wir als Gesellschaft das Potenzial zur Verbesserung haben? Die Antwort ist ja. Das Potenzial ist vorhanden. Es ist in jedem Einzelnen. Durch Meditation und die wissenschaftliche Praxis des Yoga kann jede Person ihr schier unendliches Potenzial noch mehr entfalten. Wir sind unterwegs, das Potenzial zu entfalten. Wir sind dabei, unsere Gesellschaft umzuwandeln. Dazu laden wir Sie ein. Und besuchen Sie uns auf unserer Webseite menschlichewelt.de Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.